Hallo zum Tageshoroskop vom 26.08.2024. Wir haben Montag, eine neue Woche. Ja, und auch am Wochenende ist wieder eine Menge los gewesen. Da werden wir natürlich auch wieder einen kleinen Blick drauf werfen. Ja, und da schauen wir mal, was sich so zeigt in den Sternen. Dafür nehme ich das Mitternachtshoroskop auf Berlin berechnet, gültig für Deutschland, Österreich und weitestgehend für die Schweiz. Konstellationen gelten natürlich weltweit. Ja, und da haben wir den Aszendent im Zeichen Zwillinge. Das heißt, es geht verstärkt um Kommunikation, um Informationsaustausch, um Gespräche, Verträge, um Handel, um Mobilität und natürlich auch um Nachrichten, Meldungen. Und jetzt haben wir den Mars direkt dran am Aszendenten. Und Mars steht natürlich auch für Messer und das Ereignis des Wochenendes, also des Freitagsabends war ja, und das hat natürlich den Schatten jetzt auf das Wochenende geworfen und trägt sich jetzt ja leider in diese Woche rein, ist dieser tragische Vorfall in Solingen mit dem Terrorakt durch einen Syrer, der abgeschoben werden sollte. Und zwar hat er mit einem Messer dort mehrere Menschen getötet und verwundet. Und ja, ganz, ganz traurige Geschichte. Aber es ist natürlich mit Ansage, weil man die Menschen hier reingeholt hat, unkontrolliert. Und jetzt haben wir halt auch hier die Situation, Mars bei dem Astrid Pan. Das ist ja der Astrid für Panik. Das heißt, es gibt Panik wegen Messern unter anderem. Und dann ist ja dieses Quadrat auch exakt gewesen zur Venus genau am Freitag. Und da hatte ich auch gesagt, Begegnung mit Gewalt ist natürlich ein Thema. Und jetzt ist diese Gewalt auch im Zwillinge natürlich im Kontext von Kommunikation. Es war ja ein Volksfest und der Mars und der Jupiter, also alle Planeten im Zeichen Zwillinge, werden ja beherrscht vom Merkur. Und der ist ja gerade im Zeichen Löwe. Und Löwe ist natürlich dann das Fest, ja, das Volksfest und beherrscht der Merkur wiederum von der Sonne. Und die Sonne steht ja bei dem Festa, für Feste. Also das ist hier dann schon sehr deutlich zu erkennen. Merkur, der den Mars und Jupiter beherrscht, steht ja auch noch bei dem Astrid Achilles für Verletzungen. Also Verletzungen stehen im Mittelpunkt von einem Fest. Und Sonne und Festa stehen ja auch noch in Spannung zu Uranus, in der Weitenspannung. Aber auch das bringt hier wieder unerwartete Ereignisse, die die Sicherheit betreffen oder den Körper betreffen, im Zeichen Stier. Ja, und der Mars steht natürlich auch für Messer oder für Schusswaffen insgesamt. Aber gerade Soling hat ja auch eine Tradition mit Messern. Und das meine ich hier gar nicht scherzhaft, sondern also das ist natürlich makaber, also diese Verbindung. Aber es kommt halt nichts von ungefähr und ich glaube halt auch nicht an Zufälle. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Messeranschläge, was natürlich auch, ja, erklärbar ist durch die Situation, die wir haben. Aber dass das dann halt gerade so Orte sind wie Soling, die dann spezifisch so eine Energie haben, also das ist dann halt nicht von ungefähr. Ja, ist natürlich überall gefährlich, aber jetzt haben wir zum Glück erstmal eine etwas entspanntere Energie langsam, weil wir diese Spannungsaspekte, ja, die sind in der Separation. Also hier haben wir etwas lockere Energien jetzt hoffentlich, also natürlich logisch von den Energien, aber das kann natürlich auch nochmal immer aktiviert werden durch eine Auslösung vom Mond zum Beispiel. Wenn der Mond in Zwilling ist und auf den Mars trifft oder so, aber generell haben wir jetzt erstmal eine etwas lockere Phase, weil diese Spannung sich etwas löst. Weiterhin bleibt natürlich die Spannung von Jupiter zu Saturn, die dann ja natürlich auch für, ja, rechtliche und moralische Herausforderungen steht, die in Spannung stehen zur Regierung. Ja, und jetzt passiert das Ganze natürlich auch eine Woche vor der Wahl hier in Thüringen und dementsprechend geht den Altparteien der Arsch auf Grundeis sozusagen, ja, um das mal deutlich zu sagen. Ja, das ist natürlich klar, weil, ja, wer fühlt sich denn jetzt hier noch sicher? Ja, also ich bin natürlich absolut dafür, dass man in der Ruhe bleibt, das sollte man auch und ich habe ja hier auch dargelegt und auch davor schon gesagt, das sind Konstellationen, die sind spannungsreich und ich sage ja dann auch meistens, bleib ein bisschen vorsichtig. Aber das ist jetzt am Anfang der Woche natürlich noch ein bisschen in der Spannung, aber es geht jetzt langsam weg, wird also besser. Da kann man sich entspannen, was das angeht. Jetzt sind vor allen Dingen juristische Herausforderungen oder auf Reisen Herausforderungen angezeigt, aber verstärkt mit Blockaden, die auch mit Wasser im Zusammenhang stehen können. Und da hatte ich jetzt auch wieder eine Thematik oder einen Vorfall gelesen. Jetzt gab es eine deutsche Luxusjacht, die vor Mallorca einen Anglertod gefahren hat und dann ist sie einfach weitergerast. Ja, also das ist halt hier auch so eine Energie, da war ja der Mars noch näher hier an dem Jupiter dran und Venus auch in Spannung zu Saturn. Das heißt, dann haben wir hier Begegnung mit dem Tod im Wasser, ja, also in der extremen Form natürlich. Also das sind schon sehr, sehr heftige Auswirkungen, die sich hier dann gezeigt haben. Aber ansonsten kann es natürlich auch sein, dass man einfach Einschränkungen mit Wasser, Einschränkungen auf dem Wasser hat. Einschränkungen durch Unklarheiten, Verspätung, Saturn ist ja auch die Zeit. Verspätung bei Reisen bleibt hier länger ein Thema. Jetzt ist der Merkur aktuell auch noch rückläufig oder steht fast still. Das heißt, dementsprechend kann es auch sein, dass es in den nächsten Tagen bis Mittwoch, ja, auch gerade in der Kommunikation oder in der Mobilität, die Flexibilität gefragt ist. Und mit dem Merkur rückläufig im Zeichen Löwe ist ja auch die Thematik von Rücktritten oder Abschieden im Sport weiter ein Thema. Es gab ja auch die Beispiele von Manuel Neuer und dem Ilkay Gündogan in der Fußballnationalmannschaft. Und jetzt ist noch ein weiteres Beispiel dazugekommen und zwar ist der ehemalige Fußballtrainer Christoph Daum, der besonders in Köln und Leverkusen erfolgreich war, soweit ich erinnere. Also der ist verstorben und das passt natürlich dann auch zu dieser Konstellation. Ja, und ansonsten mit dem Mars hier am Aszendenten ist es halt so, dass man jetzt aktuell verstärkt ungeduldig ist vielleicht, dass man über Ziele spricht. Aber wir haben halt leider diesen Asteroid Pan dabei. Also es ist viel Panikmache auch dabei. Es ist viel Panikmache mit dieser Messerthematik. Es ist viel Panikmache auch mit Hitzethemen. Also ich hatte jetzt am Wochenende gelesen, ich glaube das war am Samstag, da war es auch recht heiß, aber es war natürlich, wir haben ja trotzdem die Sonne in der Jungfrau, wir haben ja jetzt den Spätsommer und nicht die Hochsommerphase. Und dann hieß es, heißeste Tag des Jahres und das war eine Eilmeldung unter anderem vom Fokus, die ich da im Netz gelesen hatte. Und die Mainstream-Medien haben dann wieder Panik geschürt und dann waren darunter so Lachsmilies. Und zwar, also nur, da waren halt alle, haben nur drüber gelacht. Keiner hat es mehr ernst genommen. Aber das ist so eine Entwicklung, also die ja zum Glück so ist, ja, das war ja noch vor vielen Monaten anders, dass die Menschen merken, ja, also die Zeit der Offenbarung ist da, es offenbart sich alles, die Medien, die Mainstream-Medien, die Altmedien danken langsam ab. Keiner glaubt ihnen mehr, sie verspielen sämtliche Kredite. Und das ist halt auch der Saturn in den Fischen. Die Einschränkung, das Ende der Medien. Und ja, auch der Jupiter in Spannung zu Saturn bringt natürlich diese Thematik, ja, also Überzeugungen stehen in Spannung zu, zu, ja, der Form der aktuellen Medien. Und dazu passt auch noch was anderes. Also weil sie so Panik haben und Angst haben, wird natürlich quasi jedes Schwert geschliffen oder ausgepackt hier. Und zwar wurde jetzt der Telegram-Chef, Pavel Duvant, in Frankreich verhaftet. Und zwar deswegen, also offiziell, wegen fehlender, wegen fehlendem moderierenden Eingreifen. Also Klartext gesprochen, der hat halt die Meinungsfeier zugelassen und das passt denen in Brüssel nicht und in Frankreich. Und dann wurde erstmal schön der Telegram-Chef da einkassiert. Aber das ist, selbst wenn der Telegram dicht gemacht werden sollte, also ich weiß ja nicht, ob sie sich trauen oder genau, also welche Maßnahmen jetzt auch immer noch kommen, weil wir stehen ja kurz davor, dass der Pluto hier wieder rückläufig in den Steinbock geht. Dann wird es hier nochmal dazu kommen können, dass hier Machtprozesse vom Staat sich herauskristallisieren. Das ist aber quasi, das sind die letzten, ja, verzweifelten Bemühungen, wie ein Hund, der in die Ecke gedrängt wird und nur noch bellt, wie ein Verrückter. Ja, also so wird sich das hier zeigen. Ja, und der Pluto, der ist ja aktuell gerade auf dem Astrid Amerika und wir haben ja in Amerika auch weiterhin als dominierendes Thema den Machtkampf dort, der ja auch quasi alles entscheidet, weil alle von Amerika abhängig sind, besonders Deutschland natürlich und Europa. Ja, und in Amerika, da sind ja auch wieder viele interessante Situationen passiert, nach dem gehypten Wahlkampf von der Kamala Harris. Interessant ist ja auch, also der Wahlkampf der Demokraten ist ja über Uranus dargestellt. Uranus sind die Demokraten. Uranus steht auf Algol, also auf dem dunklen Stern. Und jetzt wird der Uranus, der steht fast still, der wird jetzt rückläufig. Also das heißt, es wird etwas schlechter laufen für die Demokraten, vermutlich. Saturn, der für die Republikaner steht, der läuft schon rückwärts. Aber jetzt gab es halt gerade auch einen Rückwärtsgang von einem Steinbock, der ja durch Saturn auch dargestellt wird. Und zwar hat der Robert F. Kennedy Jr., der Neffe von John F. Kennedy, der ja als parteiloser Kandidat kandidiert hatte für die US-Wahl, der hat ja seine Teilnahme dort zurückgezogen, zumindest in den Swing States, die ja ganz entscheidend sind für die Wahl. Und das, und er hat sich auf die Seite von Donald Trump gestellt. Ja, und das ist natürlich ein schwerer Gegenschlag oder Rückschlag jetzt für die Demokraten. Ja, und das wird halt so kommen, wie ich es vermute, ja, dass der Trump das nach Hause bringt. Und das auch zu Recht. Ja, mit allen Konsequenzen, die da kommen, aber auch das hat seine Richtigkeit. Also da, ich hoffe mal, dass ich mal in die Tage nochmal dazu komme, da ein Video zu machen, ist natürlich mega interessant. Ja, was haben wir noch zu erzählen? Wir haben aktuell den dunklen Mond hier beim absteigenden Mondknoten. Das ist auch so eine Tendenz, Abschied des Deep States, könnte man sagen. Oder auch eine Wiederbegegnung mit jemandem vom Deep State. Und es ist ja interessant, dass gerade die Obamas und die Clintons wieder aufgetaucht waren. Ja, also, ja, Zufälle gibt es ja, wie gesagt, nicht. Und ansonsten ist es auch so, dass die Woke-Thematik gerade auch so ein bisschen verschwindet, weil nämlich zum Beispiel Harley Davidson hatte versucht, diese Firmenphilosophie, diese Woke, diesen Woken-Irnes mitzumachen. Und das ist quasi geschäftsschädigend gewesen. Und jetzt haben sie das komplett wieder zurückgerudert alles. Ja, was gibt es noch zu sagen? Genau, der Mond ist heute den ganzen Tag, also hier ist er mitternachts noch beim Uranus. Das heißt, es wird diese Thematik von den Demokraten in Amerika, aber auch von der Unruhe und der Unsicherheit im Volk wegen dieser Terrorgeschichte, ja, das wird natürlich den Tag prägen. Dann läuft der Mond hier seit den frühen Morgenstunden dann durch die Zwillinge, bleibt den ganzen Tag in den Zwillingen im Hintergrund. Also man spricht viel hinter den Kulissen, man hat das Bedürfnis, sich auszutauschen. Man spricht viel über die öffentliche Situation natürlich auch. Und es kann auch sein, dass es hier um Gefühle geht, über die man spricht und das sind so heimliche Gefühle. Auch das kann natürlich sein. Ja, dann haben wir die Venus, die zulaufende ist zu Uranus. Das bringt hier viele Werte, Unsicherheiten, aber auch oder Veränderung von Werten. Das bringt Finanzunsicherheiten, das bringt Begegnungen, Unerwartete, plötzliche Liebe auch natürlich möglich. Dazu morgen dann nochmal mehr. Dann haben wir Mars in der Verbindung zu Chiron, was natürlich auch wieder die Verletzung durch Messer anzeigt, leider. Aber auch natürlich Sportverletzungen andeuten kann. Und wir haben ja auch gerade den Start der Bundesliga gehabt, was ich auch sehr kritisch sehe, weil wir diese Konstellation ja haben zu dem Beginn. Ja, das zu den Energien heute. Genau, und dann Ergebnis des Tages. MC im Zeichen Wassermann bringt also viel Unruhe hinter den Kulissen oder Unsicherheit hinter den Kulissen, aber auch berufliche Veränderung vielleicht. Ja, Sonnenschein in der Jungfrau bringt natürlich hier so eine besonders skeptische Ausrichtung und analytische Handlungsweisen, aber auch die Themen Gesundheit, Arbeit und Umwelt sind dann dadurch betont. Ja, das zu den heutigen Tagesenergien. Dann bedanke ich mich wieder für dein Interesse, freue mich über Kommentare, über Liken, Teilen, Abonnieren meines Kanals. Wenn du wissen möchtest, wie für dich die Sterne stehen, rate ich zu einer Sternstunde, zu einer Beratung. Auf die Sternstunde gebe ich noch 10% Rabatt. Link ist hier unter dem Video, schreib mich einfach über das Kontaktformular an. Ansonsten bis morgen, wünsche dir einen wunderbaren Wochenstart. Bis morgen, alles Gute, tschüss.